Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Wir spielen Hardcore. So, wir müssen wegräumen. Heftig viel am Start. Heftig viel am Start. So, das kommt da rein. Hier, hier, hier. Dann haben wir hier Alu. Jede Menge Alu. Wo ist Silizium? Wo gehört Silizium rein? Sowas aber auch. Wo war Silizium? Machen wir nicht Platz für Silizium? Okay, wir machen noch eine Kiste. So, freue ich mich dann auch auf die Kästen. Nicht auf die Kisten, auf die Kästen. So, nö, lassen wir noch mal. So, Silizium. Yeah. Heftig. So, wir, äh, genau, wir sind hier. Nächste tolle Invention Rucksack T3 will ich haben, unbedingt. Nach dem Fenster kommt Bora T2. Ist auch gut. Im Finchip T2, der Burner. Sauerstoff. Ja, will ich haben. Aber eher das hier. So, was wollen wir heute bauen? Was hätte ich so gern? Wir wollen heute einfach Ressourcen sammeln, aber ich würde mich gerne in diese Richtung bauen. Dazu brauchen wir ein Silizium. Eigentlich nur ein Silizium. Wir brauchen ein Titan. Nö, für eine Tür ein zweites Titan. So, und jetzt brauchen wir drei Eisen. Wir schauen noch mal nach. Wir schauen noch mal nach. Was wir da brauchen. So. Zwei Titan, drei Eisen, ein Silizium. Ja. Wirklich. Nur ein Silizium. Okay. So. Das heißt, jetzt noch drei Eisen und wir können eine Atemhütte bauen. Wir haben nur zwei Eisen. Ja, okay. Für einen Notfall, oder? Wollen wir nicht. Doch, für einen Notfall. So. Ist da Fenster. So, drei Eisen, haben wir gesagt. In der Hoffnung, diese unterwegs zu finden. Finden wir sie nicht, dann würde ich sagen, unser Hardcore-Projekt ist beendet. Ja. Schauen wir mal. Ich finde, bei Tag findet man sie leichter. Eins. Zwei. Drei. Vier. Irgendwie finde ich wenig Eisen, oder? Oder wirkt das nur so. So. Hütchen. Ich kann mal auswählen. Ja, ja. Tür hinein. Äh. So, wir haben ein Eisen dabei. Bedeutet, wir machen hier eine Kiste. Kiste, Kiste. Ja. So, und laufen da mal rein. Warum, warum nehme ich hier das Eisen mit? Egal. 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 So, wir schauen, wenn man... Boah, wie schnell das runtergeht im Hardcore-Modus. Okay. Iridium. Iridium. So, und wir müssen zurück. Wahnsinn, oder? Das ist schon... Das ist schon heftig. Oh. Gut. Wir werden es schaffen. Wir müssen es schaffen. Geh doch nochmal in den Traum. Oh. Ja, ich versuche, alles zeitgleich zu erledigen. Was natürlich schwierig ist. Was natürlich schwierig ist. So. Silizium. Super. Laufen wir mal zurück. Oh, über die ganze Ebene. Mit keiner Zwischenhütte. Kriegen wir das hin. Wir kriegen das hin. Nicht richtig irgendwie... Naja. Das wollte ich sagen, nur nicht anhalten. In dem Moment habe ich mich gebückt, um abzubauen. Irgend post ganz schön ab. So. Ich will auch nachschauen, wann wir endlich den Bohrer Ressourcen abbauen können. Also nicht nur selbst. Ja, 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 ja. Oh. Yeah, eine Innenleiter. Okay. Äh. So. Wir haben hier... Ich packe das da rein. Sieht keiner. Die man hat's gesehen. So. Dann haben wir hier... Azen, Azen, Azen. Titan. Nein. Ja, super. So. Und hier Iridium. So. Und jetzt würde ich sagen, wir bauen eine Heizung. Weil wir einfach keine haben. Iridium, Eisen, Silizium. Super. Äh. Eisen. Iridium. Iridium. So. Zwei Heizungen. Das sind die, die man drinnen bauen muss. Die waren so laut irgendwie. Ja, sag ich ja. Von denen werden wir auch nicht viel haben. So. Beziehungsweise wenn wir nicht mehr da aufbauen. Ja, ganz langsam. Ganz langsam. Lass dir Zeit. So. Wedge Tubes könnten wir. Die produzieren keinen. Keinen. Hier 150. 600 goldenen Samen. Den müssen wir natürlich einsetzen. Dazu bauen wir jetzt Wedge Tubes. Wie viele haben wir denn jetzt? Vier. Okay. Gut. Vier Eisen haben wir nie. Nö. Drei Eisen. Dann brauchen wir drei. So. Drei Eisen. Drei Eis. Dreimal Magnesium. Einzirb. Drei. So. Also. Los geht's. Eins. Zwei. Und drei. Das passt da nicht rein. Das passt. So. Dann nehmen wir den, den, den. Den, den, den. So. Goldener Samen. Bam. Den da einfach so, damit er reinkommt. Und den hier rein. So. Sauerstoff, Salzig und Luftdruck. Ja. Geht. Geht. So. Was haben wir hier als nächstes? Bei Luftdruck. Na ja. Bohrer. Wir brauchen mehr Bohrer. Wir brauchen Erzextraktor. Wir brauchen Erzextraktor. Bohrer. Eisen Titan. Wir haben kein Eisen. Titan hätten wir ja. Aber Eisen fehlt. Das gute alte Eisen fehlt. So. Da hast du noch mit. Und schauen wir mal. Da unten haben wir noch lange nicht alles abgegrast. Reis Eisen. Super. Das können wir da oben weiter tun. Laufen wir da unten in den Atemraum. So. Atemraum. Und bam. So. Oder brauchen wir also Eisen Titan. Sonst nichts. Super. Hm. Eisen Titan. Eisen Titan. Okay. Schauen wir mal, ob wir das hinkriegen. Eisen Titan und sonst nichts. Ich kenne uns doch. Da wird alles gesammelt. Was nicht mehr drei auf dem Baum ist. So. Eisen Titan. Eisen Titan. Titan. Eisen. Titan. Lassen wir es mal. Davon ist noch Eisen. So. Und da war auch noch. So. Rein in die Kapsel. Äh. Da ist nichts mehr rein. Oh. Oh. Eisen Titan. Wir haben. Vielleicht dass ich das mal sortieren darf. Äh. Drei Titan und wir werden glücklich. Jetzt findet man natürlich kein Titan mehr. So. Kobalt. Kobalt. Das hier. Das werden wir alles verbandeln. Alles verbandeln. Eisen hier. Jetzt findet man natürlich unendliche Mengen Eisen. Gott sei Dank. Aber. Da waren wir gar nicht auf der Suche. So. Hierher. Hierher. So. Wir brauchen einfach Titan. Einfach Titan. Okay. Wir gehen zurück Richtung Atmraum. Sammeln unterwegs noch Titan. Oh. Eisen. Sammelt Titan. Was macht er? Eisen. So. Inventar voll. Super. Super. So. Und. Wieder rauf. Oh. Schöner Ausflug. Erfolgreicher Ausflug. Insbesondere was betrifft die Eisenausbeute. So. Bora. 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 Ja, ja. Bora. Und der Bora. Wo kann man noch einen bauen? Ja. Bora. Etwas viele Bora. Ja, ja. Wir sind gleich zurück. So. Viele, viele bunte Bora. So. Das legen wir mal ab. Eisen können wir da dazulegen. Da könnte man jetzt noch mehr Bora bauen. So. Luftdruck. Steigt schon schön. Dann würde ich sagen, mehr Bora bauen. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Mehr Bora bauen. Dann bauen wir eben mehr Bora. So. Hiermit ein bisschen Abstand. Eins. Zwei. Drei. Und eine vierte dazu. So. Super. Jetzt auf der Suche nach Essen noch. Und dann haben wir gewonnen. Ja. Oh. Schön. Eisvorräte sind noch ausreichend da. Rucksack T3. Yeah. So. Zwei Alu, Titan, Silizium. Zwei Alu. Titan. Und. Äh. Silizium. Yeah. Backpack. Bam. Yeah. Oh ja. Oh ja. Super. So. Beim Druck tut sich jetzt einiges. Wärme geht auch in die Höhe des Rohstoff. Funktioniert ein bisschen. Yeah. So. Also nächstes. Hier. Bei 1,2. Okay. Das ist nicht mehr so weit weg. Bora. Hm. Wärme. 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 Ein Kollektor. Hm. Das wäre natürlich. Das hätte ich gern. Mehr Sauerstoff. Hm. Hm. So. Ja. Dann würde ich mal sagen. Auf zum Ressourcen holen. So. Wir schauen mal. Wir brauchen 3 Eisen. 1 Silizium. Die Heer. Waren das jetzt 2 Titanen? Ich denke ja. Das brauchen wir auch später. Und 3 Eisen. Wo kriegen wir hier 3 Eisen her? 3. Dort war 1. So. Eisen. 1. Och. Krumm. Jetzt kommen wir in Asteroid. Super. Heizung T2. Super. So. 1 haben wir. 2. Nö. Silizium nicht. Och. Man sieht wieder nichts. Eisen. 3. Yeah. Haben wir 3 Eisen? Ja. Haben wir. Aber schnell rein in die Bude. Wir trinken mal was. So. Wir könnten einen Atemraum bauen. Super. Würde ich auch gerne. Einen Atemraum mit Kiste. Mit 2 Kisten. Mit Eisen. Mit noch mehr Eisen. Mit noch mehr Eisen. ein Atemraum. Ein Atemraum. Mit dem dran. Oh. So. 3 Eisen haben wir. Ein Titan. Nein. 2 Titan brauchen wir. Ein Silizium. Oh komm. Ich brauche noch Titan. Hier. Oh. Yeah. So. Super. Warum? 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 Egal. Äh. So. Dann hier weiter. Können wir das jetzt bauen? Habe ich alles mit? Ich hoffe. Ich hoffe. So. Kiste. Oh. Verdammt. Da dachte ich mir. Das machen wir auf klug. Oh. Ich will nochmal in unseren Atemraum. Oh. Bura T2. Yeah. Da geht dann die Bohrer. Die Luft ab. Nein. Die Post. So. Ja. Wir können den Atemraum bauen. Ich dachte mir. Wir machen es ganz klug. Und gehen von hinten ran. Mhm. Sehen wir mal. Ob das alles so klug war. Super. Das ist schon noch weit. Ich hatte den Weg nicht zu weit in Erinnerung. So. Nö. Ah. So. Wir sind gleich da. Oh. Jetzt müssen wir da echt noch in einen Atemraum reinbauen. So. Moment. Moment. Die Türen auch. Da. So. Kiste rein. So soll es sein. Dann würde ich den gerne noch. Ach. Silizium. Jetzt fehlt ein Silizium. Okay. Silizium. Irgendwo liegt sicher Silizium rum. Eisen. Toll. Ja. Ist schon gut. Aber. Keine Silizium. Oh. Silizium. Ja. 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 So. Schnell rein. Können wir nämlich das Ding bauen. Äh. Super. Oh. Das hier. So. Das können wir uns bauen. Das können wir uns bauen. Das können wir uns bauen. Yeah. Ja. So. Die Frage ist. Ob wir das natürlich alles hier stehen lassen. Oder neu bauen. Ich wäre für Neubau oder weiteren Bau näher dran. Wenn wir das Wack hier erforschen. Erforschen. So. Wir müssen heute eine kürzere Folge machen. Sehe ich gerade. Wir müssen noch schneiden, rendern. Ach ja. So. Na dann. Machen wir mal ein Drinken. Schön sortieren. Ja. Meine Lieben. Dann würde ich mal sagen. Das war es für die heutige Folge. Morgen werden wir das hier erforschen. Sofern wir nicht vorher sterben. Bis dann. Tschüss.